so leute da sind wir auch schon wieder bei der nächsten aufgabe und um welche aufgabe ich haben will sehen direkt hügel schaden zu und zwar 300 wie ihr seht ich habe mir die graue pistole mit gold ich gebe euch auch den tipp holt euch einfach eine normale pistole mit nicht wie der sat eagle zurzeit und ich würde sagen wir lassen uns jetzt sterben gehen dann in die endzone und dann werden wir auf die 300 schaden machen und wenn ich euch schon mit dem video wieder mal helfen konnte lasst auch gerne meinen creator code bei euch eintragen einfach yt unterstrich family hack gerne noch den das video leiten wenn ihr wollt noch gerne ein abo da lassen und dann würde ich sagen wir jetzt mal gerade ganz schnell die 300 schaden weil wie gesagt am anfang ganz normal looten gruppenkeile man kennt es und dann einfach gucken wo die endzone ist und natürlich mit der pistole ordentlich schaden aushalten aber das dürfte ja eigentlich kein problem sein hier das problem ist natürlich am anfang wo sind die hier aber ich sehe schon da hinten das problem ist natürlich immer wenn die aufgaben rauskommen dass man nicht direkt da sonst haben wir eigentlich gute pistolen ist aber auch in der kackendzone jetzt mal ganz ehrlich hat hier um sich wieder die hälfte versinkt im sand sprungtaste kein bocker ich wollte nämlich diesmal nicht sterben wo gehört einer rum na gegner da war einer wie ihr seht wir haben auch schon wieder nur elf gegner lol alle gegner verschwunden man kennt es ich hätte das video glaube ich erst anfangen sollen wenn die zone weiter unten ist aus 16 schaden schon mal 16 mal schon mal erzählt man nicht mal bis jetzt ich sage das ist halt das was ich meine was soll das für eine aufgabe sein mit 300 schaden mit pistole also da frage ich mich echt wer kam auf die idee ich glaube die aufgabe haben wir schon seitdem ich youtube macht seit keine ahnung das hundertste mal aber natürlich gibt es immer noch leute die sich fragen wie machst du das denn er hat mir den kill geschaut von kent so da hinten kommt einer wenn diese aber auch jetzt zählen die 16 schaden endlich mal er will sich nur hoch bauen 19 schaden wie gesagt es ist eigentlich in eine runde machbar hier ist natürlich jetzt ja klar ja wie ihr seht 106 107 also macht dann noch ein zwei kills und dann haben wir das ganze auch geschafft wie gesagt wenn ich euch noch damit wieder helfen konnte wie gesagt gerne immer ein leichter lassen so unterstützt ihr mich und in dem sinne würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video oder eventuell im nächsten live stream und in dem sinne haut rein das war ein bisschen zu oft in dem sinne aber ich noch viel spaß